Ich schalte schon mal den ersten Schritt. Wo ist denn jetzt hier? Wieso? Ich schalte schon mal den ersten Schritt. Ich schalte schon mal den ersten Schritt. Gutze, wie ist denn so eigentlich? Gestern noch mit Udo, alles glaubt, der Andrea Doria, jetzt schon wieder Dubregging. Als wäre ich nie weg gewesen. Erzähl mal. Deswegen müssen wir das jetzt alles in Noten hier aufsachen. Ich kann überhaupt nicht mehr irgendwie auswendig spielen. Kleiner Spickzettel, ne? Pass auf hier. Du bist weiter nämlich. Ja. 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 Ansonsten, Heizung runtergedimmt und dann kann es auch schon losgehen. Untertitelung des ZDF, 2020